Halli, hallo, hallö, ich meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und wir zocken zusammen die Side oder die Guide, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und ja, ich weiß nicht wirklich, um was es sich handelt bei dem Spiel. Auf jeden Fall ist es ein Multiplayer-Spiel-Shooter. Aber, ähm, ich habe es auch noch nicht gezockt und wir werden mal schauen. Äh, ja, vor allen Dingen Players, okay. Ja, falls ihr euch wundert, warum so wenig abgeht hier auf Gamers Check LP in letzter Zeit, das liegt einfach daran, dass ich, ähm, privat im Real Life einfach so ein Durcheinander habe zur Zeit, dass ich, ähm, einfach nicht dazu komme, weitere Sachen aufzunehmen. Und jetzt habe ich mal wieder eine Zeit gefunden und da will ich mal ein paar Games anzocken. Und ich habe sowieso vor Gamers Check LP vielleicht, äh, nur noch angezockt zu machen. Und falls ihr euch wegen dem Batman Let's Play vielleicht das angeschaut habt und, ja, seht ihr ja bloß drei Parts da, das liegt einfach daran, ich musste das Projekt abbrechen, weil ich vier Stunden aufgenommen habe und, ja, die Aufnahme war komplett putsch. Und, äh, vier Stunden, ne, das ist halt immer scheiße. So, okay, weiter hier im Spiel, die Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es ist ein Neko-Shooter und ich weiß, dass man das im Multiplayer spielt und ich weiß, dass wir da Aufgaben lösen müssen. Wem das Spiel bekannt ist, ähm, guck mal, Gollum. Äh, was? Äh, äh, achso, ich kann jetzt hier die Figuren, guck mal, Gollum. Okay, das sieht ja schon wieder ganz anders aus. Äh, ich nehme den. Aber der hat, achso, die haben alle eine Pistole. Okay. Den möchte ich, ach, hier kann man sich dann auch waffen. Oh, cool. Oh, hey. Schweinerei. Okay. Oh, aber wo ruckelt das Spiel denn so? Also. Was ist das denn? Innocent. Okay. Gehen wir der Stimme nach. Ähm. Okay, ob wir jetzt aktivieren. Okay, was war's? Wow. Was ist das? Okay. Okay. Ich hab wirklich keine Ahnung, um was es sich hier handelt. Warum schießt ihr? Gibt's hier irgendwie... Äh. Puh, äh, okay. Warten wir mal hier, bis... Die Kacke... Da, du hast... Wir haben alle Schlafanzüge an. Ist alles shut. Oh, da hinten ist ein Schlüssel. Den geht er natürlich schulden. Oh. Ähm. Was zum... Was? 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 Woh? Alter. Wow. Alter, wo schieß ich denn hin? Alter, was bist du denn? Was ist das denn? Was zum Geier? Hä? Ich... Was? 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 Also das muss ich erst mal verarbeiten, Leute. Das, äh... Hä? Erst mal... Äh... Ja, okay. Ja, jetzt müssen wir den natürlich zuschauen. Das ist super. Kann man hier das auch irgendwie... Ah, click to leave early, genau. Collect XP... And exit game. Ja, klar. Okay, äh... 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 Warum ruggelt das Spiel so? Was ist da los? Was möchte ich mir in meinem Rechner damit sagen? Wir wissen es nicht. Lost and found. Okay, was... Äh... Achiefs? Lost and found? Whistbens? Okay. Äh, wir haben hier... Uhren. Mhm. Äh... Ja, egal. Play. Wir machen nochmal. Wir gucken mal. Ähm... Das war jetzt irgendwie... Also gut, es gibt Monster. Das ist schon mal... Äh... Ich bin total erschrocken. Ja, super. Ich bin totgegangen. Als erster. Was ist das denn für ein... toller... Start? Totgegankt. Ich hab das irgendwie gar nicht begriffen. Okay. Wir steigen schon noch dahinter. Wir steigen schon noch dahinter. Glaube ich. Wenn's denn mal starten sollte. Hallo. Hallo. Vielleicht könntest du... Mal endlich starten. Gut, ein paar Leute spielen auf jeden Fall das Spiel. Äh... Ein paar wenige leider nur. Und... Ja. Klasse. Ladezeiten. Ich... Find... 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 Finding-Zeiten. Irgendwie... Und... Mhm... 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 Ja. Gut. eine minute 34 35 ja das ist ja schon mal eine richtig kurze suchzeit muss ich sagen ein spieler sucht players searching ein spieler sucht oder oder bin ich erst einer cool ich mach nochmal x und ich mach nochmal bleiben player searching eins ach so da bin ich das schön ist definitiv cool ich glaube jetzt zu lang ich hab doch hier was ist denn da warte mal gibt es hier motion blur ja doch das will ich aushaben ich hasse motion blur die motion blur doch noch mal los ich will das jetzt noch mal spielen los ich will wissen um was es da geht ich hätte nicht den server verlassen sollte ich hätte mir lieber mit angucken sollen was die machen verdammt das habe ich jetzt natürlich fällt mir sehr früh ein nachdem ich jetzt wieder hier im menü und auf finden find den players war da und ja und bei euch so alles gut schön habe ich mal wieder zeit gefunden mal was anzuzocken dann hängt man hier im lade screen beziehungsweise im finding screen im player search auf das spieler suche so ja scheiß wetter draußen muss ich schon sagen nebel und so bei euch so ach ja ja es geht los es geht los try to keep the players that you think okay also okay babam 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 jetzt geht's los jetzt geht's los ich habe keine ahnung was man hier machen muss okay ich will der sein aber jetzt gucken wir mal hier ganz kurz guck mal ich habe nämlich hier eine blaue uhr ach geil oder geil so dann hier die waffe da wollte ich jetzt ja ich nehme die und hier ein messer boah guck mal da haben wir das hier blaue oder grüne haare das ist doch top und t-shirts haben wir ein weißes t-shirt unten war auch cool ja würde ich sagen dunjon captain katho was soll ich auf die namen was ist los mit dem spiel okay wir haben hier vorne eine spritze da will ich mal hin aber hier sind schild ich sollte ich mal dahin ich will das schild du arschloch alter was ist mit dem spiel denn los wir ganz kurz das probieren moment das liegt an dem netten aufnahmeprogramm liebe freunde ach guck mal jetzt geht's ich hab mal kurz aufnahme gestoppt und jetzt geht's wieder so ein spiel mit frame einbrüchen k-objektivität wegge-ge-ge-ge-ge-w-ding so ja und was was denn was ich lauf jetzt einfach mal nein diese komische schwarze figuren die sind schauderhaft get out of my head oh hier eine treppe und einen schlüssel schlüssel und eine treppe äh der schlüssel läuft was ballern die denn was zum geier was ist denn los mit euch na super komm steh auf licht wo schieße mich wo wo dann kann ich mich erschossen oh verdammt alter hör doch auf ich gebe nochmal die Tür auf ähm äh ich lauf die Tür nach oh ok was zum teufel müssen wir hier machen da vorne ist eine spritze ich gebe mir die ach ich kann sogar rennen toll was macht er denn oh klasse ah cool ist weg oh was machen die hallo hat er denn jetzt gerade gekillt ich blick hier nicht durch leider ich hab da einen schlüssel you can unlock the next door floor tschak hab angelockt ah jetzt verstehe ich das jetzt langsam lange verstehe ich das langsam verstehe ich das was ist das mhm mhm was ist das ok ne so ich hab Angst müssen wir jetzt um die alter was ist denn so alter oh warum lasst ihr mich nicht in Ruhe äh ich was ok at least someone's trying to escape ah schießt mich doch einfach an wo ist denn das scheiß Tor ja dann nimm doch den K mein Gott warum schießt du mich tot dieser Wichser so was ist denn das was ist denn das Arschloch schön Mann so ok wer hat den ach ich hab oder ich ja nicht mach doch an auf schießt du hast noch den schüttchen die Fogel sweet dreams na mach doch auf einen schießt schießt wärmen super und ich habe nichts mehr warum macht denn hier keiner die verkackte türen ja super ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung also das ist irgendwie ach so da kriegt man dann immer punkte für den ganzen mist naja okay wir haben es mal probiert würde ich sagen ist ganz lustig aber ich glaube dass es mit wenn du wirklich mit freunden zockst ein bisschen absprichst und sowas macht das bestimmt mehr spaß aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen dass es hier vielleicht noch mehr maps oder sowas gibt und naja auf jeden fall ganz lustig und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten angezockt ich weiß zwar noch nicht wann entweder morgen oder übermorgen kommt das nächste ich werde jetzt auf jeden fall gleich noch ein game anzocken und ja würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns denn bis dann tschuuuus